Ich glaube, wir müssen im Zusammenhang mit Gefährdungsanalysen akzeptieren, dass alle unsere Modelle falsch sind. Mit anderen Worten, mit sehr, sehr großen Unsicherheiten behaftet sind. Es gibt einen sehr schönen Satz eines Statistikers, George Box, der gesagt hat, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. Das ist genau das Zentrum unserer Forschungsarbeiten herauszufinden, welche der Modelle, die wir verwenden, nützlich sind. Das ist genau das Zentrum des Statistikers, die wir verwenden, nützlich sind nützlich sind. Das ist genau das Zentrum des Statistikers, die wir verwenden, nützlich sind nützlich, nützlich sind nützlich. Das ist genau das Zentrum des Statistikers, die wir verwenden, nützlich sind nützlich sind. Das ist genau das Zentrum des Statistikers, die wir verwenden, nützlich sind nützlich sind.